Moin und herzlich Willkommen zu Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Ja, moin. Da seid ihr wieder bei einer weiteren Folge von Searchcamp. Und ja, heute ist es eigentlich eine Episode, die ganz gut an die letzte Episode anschließt. Nämlich da haben wir uns ja schon ein bisschen was in der Search Console angeguckt. Und da möchte ich eigentlich gerne weitermachen, weil auch diese Frage kommt eigentlich relativ oft. Nämlich, was soll ich mir eigentlich wirklich in der Search Console angucken? Da gibt es so viele Reports. Und natürlich würde ich erstmal sagen, ey, guck dir einfach alles an. Aber trotzdem, wenn man sich's mal in der Praxis wirklich anguckt, wo kann ich wirklich was rausziehen, dann, ja, bleibt gar nicht so viel übrig. Also, Punkt 1 für mich natürlich der Report Leistung, wo ich quasi sehe, wie gut performe ich eigentlich in der organischen Suche. Wie viele Klicks kriege ich? Wie viele Impressionen hatte ich? Wie ist meine Klickrate? Wie ist meine durchschnittliche Position? Ich möchte da in der Tiefe heute gar nicht so drauf eingehen. Da steckt natürlich erstmal viel drin, weil ich zum Beispiel Seiten identifizieren kann, die schlecht performen. Also, ich gucke zum Beispiel mal, bei welchen Seiten habe ich eine Position zwischen 4 und 10. Also, erstmal gar nicht mal so schlecht. Aber, ja, so richtig geil ist die Seite noch nicht, weil sonst wäre sie auf Position 1, 2, 3, wo in der Regel wirklich deutlich mehr Musik spielt. Dann kann ich gucken, kann ich diese Seiten vielleicht verbessern, um sie jetzt eben noch eine Stufe nach oben zu hieven. Deswegen, dieser Report Leistung hat schon viel, was man natürlich immer sagen muss, er zeigt mir nicht das an, was ich noch nicht habe. Also, wenn ich, es mag einen total interessanten Suchbegriff für mich geben, aber ich kenne den nicht und hier wird er mir nicht angeboten. Ich sehe wirklich nur das Ergebnis des Erfolgs. Und deswegen muss man natürlich sagen, ist der Report an sich natürlich schon ein bisschen, also, hilf dir dir fürs Feintuning, für Sachen, die du schon hast, Potenziale zu erkennen. Wo kannst du zum Beispiel auch eine Metadescription schreiben und dadurch die Klickrate vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben hieven. Also, jo, kann man alles machen, aber, ja, damit würde ich es in dieser Episode, glaube ich, mit diesem Thema sein lassen. Das Zweite, was ich mir natürlich auch angucken würde, ist in Bezug auf die letzte Episode nochmal erstmal in den Report Sitemaps gehen. Ich möchte bei jeder Sitemap, die ich hinterlegt habe, manchmal ist das nur eine, dass da erfolgreich steht in der Spalte Status. Schluss. Nochmal, die Sitemap an sich, die ist gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber wenn ich halt gerade mit dem Report Seiten ordentlich arbeiten möchte, dann brauche ich eine korrekte und vollständige Sitemap. Und deswegen würde ich da natürlich erst immer reingucken. Ist gar nicht so, oder in der Regel funktioniert das, aber trotzdem, weil ansonsten macht alles andere ja auch keinen Sinn. Als Drittes würde ich natürlich immer in den Report Seiten gehen, weil schlussendlich, wenn ich gefunden werden will, dann muss die Website im Index drin sein. Also, das ist eine extrem wichtige Grundvoraussetzung, an der ich auch gar nicht erst vorbeikomme. Also, würde ich mir natürlich hier angucken, über die Filter haben wir in der letzten Episode schon gesprochen. Ich würde mir natürlich die ganzen Fehlerkategorien angucken. Da gibt es ein paar, die für mich spannender sind als andere. Erstmal die Kategorie Soft 404, die sollte es nicht geben. Wer mehr darüber hören möchte, Episode 66 von Alles auf Start, da erzähle ich noch mehr über Soft 404. Zweite, was ich mir angucken würde, ist natürlich gefunden, zurzeit nicht indexiert und gecrawled, zurzeit nicht indexiert. Da habe ich auch schon mal eine Episode dazu gemacht, Searchcamp Episode 217. Auch bitte da nochmal einfach reinhören, was das Ganze aussagt, wie man dagegen vorgeht. In der Regel ist es ein Qualitätsthema. Und das Dritte, was ich mir natürlich im Report Seiten angucken würde, ist alles, wo ein HTTP-Code drin vorkommt. Zum Beispiel Serverfehler, Klammer auf, 5xx, Klammer zu. Oder wegen nicht autorisierter Anforderungen blockiert, 401. Da läuft einfach irgendwas schief. Oder es gibt auch die schöne Fehlermeldung, wegen eines anderen 4xx-Problems blockiert. Da kann ich mir das dann angucken und typischerweise, also oft passiert das nicht, aber kann eben durchaus schon passieren. Vierter Report, den ich mir angucken würde, das sind natürlich die Core Web Vitals. Da geht es um die Seitenladegeschwindigkeit. Ich kenne ziemlich wenig Websites, die einfach alles im grünen Bereich haben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Natürlich gibt es immer Freaks. In einem Seminar hatte ich mal jemanden, der hat wirklich das Content-Management-System selbst geschrieben und hat wirklich alles darauf ausgerichtet, den perfekten Speed zu haben. Und der hatte auch wirklich 100 Punkte bei den Page Speed Insights und der hatte hier auch alles brav auf grün. In der Praxis sehe ich das relativ selten, muss ich mal ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Also irgendeiner hat immer irgendein Problem mit irgendeiner der drei aktuellen Metriken. Da verändert sich ja demnächst auch noch was. Also Core Web Vitals würde ich mir angucken. Der Effekt dessen, wenn ich da nicht grün bin, sondern gelb oder rot, der ist relativ unklar. Da gab es ja die Systrix-Auswertung, die sich das angeguckt hat. Ob das immer noch so ist, wissen wir alle nicht. Und natürlich auch, wenn ich einen Grenzwert nur ganz leicht verletze, wie schlimm ist denn dann die Herabstufung für mich? Und ich würde mal vermuten, dass das relativ gering ist, was da so passiert. Und deswegen in der Praxis sagen viele dann trotzdem, okay, ich sehe, dass ich da nicht gut bin in dem Punkt, aber ich kann trotzdem nichts ändern. Es wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll, das zu tun. Punkt 5 würde ich mir angucken, den Tab Shopping. Wenn du ein Shop bist, da gibt es die beiden Reports, Produktsnippets und Händlereinträge. Der erste ist deutlichst wichtiger als der zweite. Produktsnippets, da geht es darum, um deine normalen, in Anführungsstrichen, Suchmaschinenergebnisse für Shops oder für Produkte in diesem Fall. Händlereinträge, das sind so Zusatzfunktionen, die in Deutschland eh noch nicht so wahnsinnig verbreitet sind. Hier ebenso wie bei allen anderen Markups würde ich immer, dass die vermeiden wollen, dass einzelne Seiten mit ungültig markiert sind. Denn wenn sie ungültig sind, dann wird das Markup nicht verwurstet, was dazu führen kann, dass ich zum Beispiel in der Produktsuche nicht auftauche. Es könnte dazu führen, dass ich in der Bildersuche nicht als Produkt markiert werde und solche Sachen. Deswegen das würde ich immer vermeiden. Ich habe es leider sehr oft, dass manche dann trotzdem ein bisschen ausrasten, weil da werden Warnungen gegeben. Nämlich zum Beispiel PriceValidUntil ist ein schönes Attribut, was eigentlich immer fehlt, bei jeder Website. Oder auch neu ist jetzt HasMerchantReturnPolicy. Und die fehlen eigentlich bei jedem Shop. Da würde ich jetzt auch nicht drüber nachdenken. Also da immer ganz klar, Warnungen kann man relativ gut überstehen. Wenn man da gut schlafen kann, dann passt das Ganze schon. Ansonsten, es gibt natürlich für andere Markups, gibt es auch jeweils Reports in der Search Console. Das heißt, wenn das für dich so ist, du hast zum Beispiel Events, die du mit dem entsprechenden Markup markiert hast, auch da solltest du natürlich sicherstellen, dass alles korrekt ist. Gleichwohl, es gibt einige Markups wie Breadcrumb List. Da kann es zu Fehlern kommen, die allerdings faktisch keinen relevanten Effekt haben werden. Beim Shopping ist das anders, weil da geht es halt wirklich jetzt um Geld. Da geht es auch wirklich um Features, die flächendeckend in Suchergebnissen ausgegeben werden. Und da kann das durchaus schon mal einen relevanten Effekt haben. Und das sechste, wenn ich richtig mitgezählt habe jetzt, was ich mir auch angucken würde, in der Search Console ist der Host-Status. Das heißt, das erreiche ich über Einstellungen und dann Crawling-Statistiken. Und da werden verschiedene Sachen gebündelt. Nämlich DNS-Auflösung, Robots-Dxt-Verfügbarkeit und Server-Verbindung. Da bündelt Google quasi in einem so einen Parameter, ob sie gut auf meine Website zugreifen können. Ob das Crawling gut funktioniert. Vereinfacht ausgedrückt. Also wie ist die Qualität meines Hostings? Das steht da eigentlich. Und es kann durchaus sein, dass wenn ich ein schlechtes Hosting habe, dass ich seltener gecrawlt werde. Weil es eben solche Probleme gibt. Gerade so 503 Fehler in der Nacht kann dann dazu führen, dass ich am nächsten Tag erstmal gar nicht gecrawlt werde. Und das wäre natürlich ziemlich unschön, gerade wenn ich jetzt neue Produkte habe. Deswegen den Host-Status sollte ich mir in den Crawling-Statistiken immer angucken. Der muss grün sein. Alles andere ist wirklich dann Technikversagen. Und dann muss ich zur Not noch ein bisschen mehr Blech kaufen. oder irgendwas heutzutage in der Cloud einfach noch einen hochklicken und dann sind wir schon da. Jo, das wäre so die Sachen, die ich mir auf jeden Fall angucken würde. Sechs Stück waren es jetzt in der Zahl. Man sollte natürlich auch noch gucken. Und es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wo, wenn ich zum Beispiel eine Abstrafung habe durch Google, dann sehe ich das ja in der Search Console. Natürlich würde ich da reingucken jeweils. Also gerade wenn ich jetzt ein neues Konto übernehme, gucke ich da natürlich als erstes rein. Gab es in der Vergangenheit Probleme? Wenn es in der laufenden Betreuung ist, würde ich da gar nicht reingucken. Denn wenn es eine Abstrafung gibt, dann kriege ich auch das Ganze nochmal als E-Mail und hätte es natürlich dann schon wahrgenommen. Deswegen schaue ich mir den Report bei einer laufenden Betreuung eigentlich in der Regel nicht mehr wirklich an. Gut, also vielleicht ein bisschen meine Meinung dazu. Ich merke, dass in die Search Console wird immer sehr viel Hoffnung gesetzt, dass einen das so wahnsinnig weiterbringen kann. Und das stimmt natürlich an einigen Stellen. Es sind aber auch wahnsinnig viele Nebelkerzen da drin. Sowas mit dem Price-Valid-Until. Da hatte ich schon mal Leute, die haben sich da wochenlang mit beschäftigt. Welchen Wert können wir denn da jetzt reinschreiben? Und macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist, das schreibt Google ja auch mittlerweile relativ eindeutig, dass das nicht muss. Und dann setzt sich aber trotzdem dann jemand hin und einfach nur in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt und verbessert das dann trotzdem verbessern, in Anführungsstrichen. Also da bitte seid vorsichtig. Die Search Console bringt euch ein gewisses Stück des Weges, aber auch nicht mehr. Und wenn ihr euren Report seitenvollen im Griff habt, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr die Indexierung im Blick habt, dann ist da schon wahnsinnig viel gewonnen. Und wenn ihr dann noch den Report Leistung euch anguckt, um eben zu sehen, wo kann ich da noch kleine Hebelchen machen, sollte ich vielleicht auch mal eine Searchcamp-Episode zu machen, dann seid ihr auch schon echt gut unterwegs. So, das war's für heute. Das war's mit Searchcamp 279. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Wir sprechen uns, na wir sprechen nicht wirklich, wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ja, vielleicht treibt ihr dann auf einer kleinen Luftmatratze in eurem Pool und hört dabei Searchcamp. Das wäre natürlich super sexy. Dann schickt mir bitte ein Foto. Dann kann ich neidvoll auf euch blicken. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin geilen Sommer, kommt gut durch das Jahr und wir sprechen uns bald. Bis denn, ciao. Bis denn, ciao. Bis dann.